Einen schönen guten Tag aus Münster, Obersorgender Matthias hier mit dem Wetter für die Mittagsrunde. Der Wetter bestimmt heute ist ein Hochzeugeinfluss über Zentraleuropa in einer kalten Luftmasse. Das für die überwiegenden Flugplatzbedingungen vom Nordwesten nähert sich hier im Bereich des nördlichen Atlantiks ein neues Bondensystem, zunächst mit einer schwachen Warmfront mit etwas mehr Verwölkungen und erst morgen relevant werden wie diese Kaltfront. Nr. Azen 1, FGC, IHBW, 272, DG16, runway 28, cleared for takeoff. Azen 1, FGC, cleared for takeoff. RG11, join left traffic circuit runway 28, WC. rG ты 3ys1, FGC, Arc. Die Kaltaurn comprarienzie mit 2,0, DG16.. ...d prins.